Wir wollen über eine ganz zentrale Größe reden, Ernährung und das Thema Abnehmen. Was bedeutet Abnehmen? Wie funktioniert es am effektivsten? Und jetzt wage ich ein Postulat vorab, mich interessiert euer Gewicht überhaupt nicht. Und warum das so ist, wollen wir euch im Laufe der nächsten Einheit mal erklären, oder? Jo. Jo.